Herrlich, endlich wieder Fußball mit Zuschauern. Das macht echt wieder Bock. Und das kann uns so schnell niemand vermiesen. Moment, ich hätte da eine verrückte Idee. Oh oh. Was wäre, wenn ich zum Beispiel einen Böller werfen würde? Wohin? Naja, auf dem Platz. Was? Am besten so, dass er neben dem Kopf eines Essener Spielers explodiert, damit das Spiel dann abgesagt werden muss. Digga, bist du völlig bescheuert? Ja, Mann. Was ist in deinem Kopf nur falsch, Mann? Naja, das ist Fußball. Und? Ein bisschen Krawall gehört da doch wohl dazu, oder nicht? Du wirfst hier gerade einen Feuerwerkskörper auf einen Menschen, Mann. Ja, lustig, oder? Im Ernst jetzt? Wer hat dir in den Kopf gekackt, Junge? Super, bravo. Echt eine tolle Aktion. Ja, findest du? Klar. Und ich hoffe, du konntest das letzte Spiel im Stadion auch wirklich genießen. Das letzte Spiel? Kommt schon wieder Lockdown, oder was? Nee, aber du bekommst Safe-Stadium-Verbot von Rot-Weiß, oder? Oh ja. Und eine saftige Schadenersatzklage, die gibt's obendrauf. Oh oh. Vielleicht war das doch nicht so klug. Ja, ach nee. Wirklich? Das ist mit manchen Leuten nur falsch. Junge, Junge, Junge. Daumen hoch und checkt euch gern meinen 2-Kanal ab. Ciao.